I'm Mr. Mojo Horizon, lass mich in dein Auto rein. I'm Mr. Mojo Horizon, lass mich in dein Auto rein. Buntspecht sind sechs betrunkene Seiltänzer aus Wien, die Kinderlieder schreiben. Kinderlieder für alle Er- und Entwachsenen da draußen. So beschreiben sie sich zumindest selbst. Betrunken sind sie aber keinesfalls. Vielmehr sind sie eine extrem gute Liveband, die im Zuge der Saalskammergutfestwochen und Munden die Hip-Halle zum Kochen bringt. Toll war es heute. Wir sind extrem froh, dass so viele Leute gekommen sind, dass es eine gute Stimmung war und tolle Leute, die das Ganze organisieren, veranstalten und ein tolles Team. Sie sind solche Stimmungskanonen, haben aber unglaubliche Ernsthaftigkeit in ihren Texten, haben wir große Erfolge schon gefeiert und zum ersten Mal haben wir in der Hip-Halle hier mit Stehplätzen ein Konzert. Buntspecht, davon will man sich nicht entgehen lassen, da kommt man gerne aus der Ferne in die Traunsee-Stadt. Ja genau, wir sind extra vorne gestanden. Also nicht ganz vorne, aber wir haben uns vorgedrängelt. So cool einfach, super. Bist du sozusagen ein echter Fan, oder? Ja klar, wie kann man kein Fan von Buntspecht sein? Ich kenne die so auch, aber im Konzert sind die so vieles besser, als wenn man die live sieht, als auf Videos. Ich glaube, live ist, da gespürt man es halt. Also wir sind auch in erster Linie eine Live-Band. Alles darf, alles soll, alles muss. Mit ihrem Album Springen bevor du fällst, schafft es die Wiener Band 2021 sogar auf Platz 1 der österreichischen Charts. Naja, es ist ganz simpel gesagt, es ist wichtig im Sinne von, dass man sich seine Miete zahlen kann. Meine Miete zahlen wäre super. Also wenn wir noch ein paar Nummer 1 jetzt mehr haben, dann kann ich mir noch größere Mieten zahlen, das ist ja auch fair. Und sonst macht es Spaß zu spielen, also mal schauen, wohin es geht und was passiert. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Die Liedertexte von Buntspecht sind meisterlich ausgeführt, dabei surreal hintergründig komponiert, zusammengefasst eine Mischung aus allen Stilen und humorvollen Texten, einfach anders. Grundsätzlich arbeiten wir zu zweit oder groß als der Luki, die Songs und die Texte und wir haben verschiedene Prozesse, wo dann entweder manchmal Sachen aus älteren Gedichten oder älteren Texten wieder genommen wird oder ein Fragment von mir nimmst du dir, weil du gerade Lust drauf hast oder... Oder wir sperren uns einfach einen Monat in der Hütte ein und dann schauen wir, was passiert. Oder so in die Richtung. Mach, 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 mach's dir nicht gemütlich! Sonst bleibt von dir jetzt und weit rein gar nichts mehr da! Buntspecht also zu Gast bei den Salzkammergut-Festwochen Gmunden. Fortsetzung folgt.